So, stelle ich euch mal meine LED-Schreibtischlampe vor. Sieht man schon, das schmale Design, röhreförmig, hier das schöne Bein, schön schlank, die tolle Glasplatte, wo unten drunter Gummifüße sind, hier das Verbindungskabel zum Netzstecker, wahnsinnig schlank, hier die Lichtröhre, die LED-Lichter auch, sieht man auch schon, das helle Licht, die Lampe kann man verstellen, sehr schön, hier stand der An- und Ausschalter und das Licht geht langsam an und aus, ganz langsam.